Er ist eines der erfolgreichsten Autos bei BMW. 300.000 Einheiten in gerade mal zweieinhalb Jahren. Der kleine, kompakte X1 von BMW avancierte innerhalb kürzester Zeit zum Bestseller. Grund genug, ihn optisch und technisch auf neuesten Stand zu bringen. Von außen gibt es ein paar dezente Veränderungen. Mehr Farbe, lautet die Devise. Wir haben eine komplette neue Frontansicht. Die Frontschütze wurde überarbeitet, neu gestaltet mit mehr in Wagenfarben lackierten Flächen. Drei separaten Lufteinlässen, neue Scheinwerfer, die jetzt LED gespeist sind und dadurch kalt-weiß leuchten. Ebenso wie die Akzentkante oben drüber. Im Heck die gleiche Änderung. Die Heckschürze ist neu, mehr in Wagenfarbe lackierte Anteile. Das Fahrzeug wirkt insgesamt breiter, stämmiger, SUV-hafter. Bei der Technik wurden vor allem die Motoren nachjustiert. Diese gehen jetzt noch sparsamer mit dem immer teureren Kraftstoff um. Für den Fahrspaß gibt es für den X1 einen neuen Diesel. Der X-Drive 25D spurtet in 6,8 Sekunden aus dem Stand auf 100 km pro Stunde, schafft 230 Spitze bei einem rechnerischen Durchschnittsverbrauch im EU-Testzyklus von knapp 6 Litern auf 100 Kilometern. Also alle Motoren verbrauchen weniger als Vor-Facelift. Die Dieselmotoren entstammen einer komplett neuen Generation mit einem neuen Topmodell. Das ist der X-Drive 25D, den Sie auch hier sehen. Dieser Motor wurde in Leistung und Drehmoment nochmal angehoben, leistet jetzt 160 Kilowatt oder sagenhafte 450 Newtonmeter. Je nach Motorisierung ist der X1 serienmäßig mit dem vollautomatischen Allradantrieb X-Drive ausgestattet. Damit kommt der kompakte X1 auf nahezu allen Straßen und Untergründen klar. Wer das alles nicht braucht oder nicht haben will, es gibt den X1 nach wie vor auch mit reinem Heckantrieb. Das heißt, der Kunde hat die Wahl und tatsächlich kann er zwischen fast 20 verschiedenen Antriebsvarianten wählen. Sei es jetzt Motorisierung, begonnen bei einem S-Drive 16D bis rauf zu einem X-Drive 28i. In fast allen Motorisierungen hat er die Wahl zwischen S-Drive und X-Drive und in fast allen Modellen hat er auch die Wahl zwischen Handschaltgetriebe und Automatikgetriebe. Und wie gesagt, das Automatikgetriebe ist neu und jetzt mit 8 Gängen. Bestellungen nimmt BMW ab sofort entgegen. Die ersten Auslieferungen des neuesten X1 sind bereits im Juli geplant.